... nicht so zu lesen, wie ich es hier aufgezeichnet habe. Ich darf nämlich die Markierten stellen. Ich habe auch meine Brille vergessen, damit das irgendwie gut kommt. Rote Wetterschau präsentiert Zoo-Geschichten. Verbotene Börse will die Forschung sichtbar strecken, Frauen in der Pause offen drücken. Wunderbare Wohnungssuchende hoffen und verwandeln eine Frau. Sie passen Beratung und Kommissare später zur Zukunft der Komödie. Roma brütet Bäume aus, eine Show der Tatortreinigung. Seine Kollegen verkaufen Freundschaften nackt vor Schwestern. Wer präsentiert die Körper? Was stimuliert Hoffnungen und Können? Ersttochen lässt die Chance falsche Unternehmen von oben leben. Die Natur eines Mythos schildert der Affe heute und versucht die Ehre ungeschminkter Zeit der Freundschaft zu leben. Beziehungen durchs Trip leben. Daheim steht der Vater. Wahrheit mit Wissen ist exklusiv. Der Herbststurm besucht trotz Migräne alle Kisten der Familie. Die Spiegel hören, um Vertrauen für Mädchen mit Geschichten und die Psyche der Nachtwalten zu vereinen. Das Gedicht heißt Montag, 10. März 2008. Danke. 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 aika gut. Vielen Dank.